Hallo zusammen, ich bin Nico und mache die Lehre als Storen-Monteur bei Firma Schenken-Storen und zeige euch heute mal meinen Arbeitsalltag. Kommt doch mal mit! Als Storen-Monteur montierst und repariierst alle Arten von Sonnenschutzanlagen, wie z.B. Lamellen-Storen, Sonnen-Storen oder Rollläden. Man arbeitet vor allem mit der frischen Luft, vor Ort, bei Kunden oder an verschiedenen grossen Baustellen, die wir so haben. Das Tablet spielt in meinem Alltag eine wichtige Rolle. Da sehe ich nämlich welche Aufträge tagtäglich zu erledigen haben. Der Bereich Smart Home als Bedienung und Programmierung von Anlagen übers Tablet wird auch immer wichtiger und ist ebenfalls ein Bestandteil der Ausbildung. Und hast gewusst, als Storen-Monteur leistest du auch einen wichtigen Beitrag zum Umweltschutz. Storen sind nämlich nicht nur Sichtschutz, sondern schützen die Gebäude auch vor Überhitzung und Kälte. Durch meine Lehrzeit begleitet mich auch mein Praxisbildner. Er unterstützt mich bei allen Anliegen und Fragen. Auch sonst hat man ganz viele Vorteile bei Storen, wie z.B. eine Beteiligung als Fitness und 500 Franken an der Autoprüfung. Das Schönste daran ist am Job, dass du immer am Schluss siehst, was du geleistet hast. Ich hoffe, ihr hattet einen guten Einblick in meinem Alltag als Storen-Monteur. Hat dir das Studio gefallen, dann zögerst du nicht und komm schnuppern und überzüge dich selber.